willkommen zu einer neuen folge von let's play together warframe mit dem schnorrer und dem fuber tag hallo wir spielen heute eine boss mission auf der erde die wir jetzt erspielen konnten ja man sich bis 25 80 hat du mal uro box liegt ja bei dir schon wieder richtig gut das bild ist jetzt noch ist es normal also jedoch also so bewegt sich das bild normal also das menü hat er sich jetzt auch normal start lang nicht mehr hier über den erdeplaneten eigentlich so von vom set herr ist der onkel große wurden wenn es nicht jetzt fängt wieder an und dann noch gegen den boss siehst du den auch ja ich habe den auch noch nicht gespielt also hast du auch video ja hatten flieger flieger kommst du hätten bei mir ging das video also wasser abgebrochen müssen wir den netz verfolgen oder wie keine ahnung jetzt kommen gegen vergegner ja die machen auch für complete system domination make him too dangerous denkst du auch noch auch nö wenn das so rüttelt ist doch scheiße du bist nur am jammern ey ja nur heulen tut er hättest du dir mal von deinem ausruf und dann geheilt eine neue festplatte geholt ja die liegt ja noch verpackt Alter die liegt noch verpackt ich glaube sagt er schluss könntest du damit nicht gut erspielen dann hättest du geschränkt anyboard nö jajaja ich habe keinen bock alles umzukopieren LÜG NICHT weil dann muss ich die ganzen die ganzen programme wieder neu und so was Diese Kriminellen denken, dass sie eine Justiz verabschiedet werden? Keine Ahnung Oh und jetzt fängt es wieder übelst abzulehnen Ich versteck mich mal Na der nimmt doch keinen Schaden Siehst du das? Ja ich hab keine Ahnung wie man den besiegt Also irgendwo ne Taktik wieder Aber was für eine Vielleicht das Ding oben Doch jetzt nimmt er grad Schaden Oh jetzt Jetzt hat er grad Stärke oder nicht? Hatte leuchtet bei ihm oben drauf Vielleicht muss man dann ballern Ja jetzt sind unser Kind Schaden Tschüss Du bist mir zu starten Vielleicht muss man da wieder irgendwo Besonders drauf schießen Da wo Tod leuchtet vielleicht Na über seinen Kopf hat geleuchtet Das tut jetzt wieder Ah ne doch nicht Da ist er schön down Ja und wo sind hier noch andere Äh Da kommt immer wieder welche angeladen Ja der hat vorder so'n rot leuchtenden Kopf Ich glaube da muss man drauf ballern Jetzt hat er grad die Damage Jetzt haut er wieder ab oder? Ist der jetzt abgehauen oder ist der noch okay? Ich glaube der ist abgehauen Eige Sau Also eigentlich zum Ruckeln wieder Mehrere Runden kommt hier Ja Dann wär mir jetzt auch ein bisschen früh gewesen Ich nehm den Panzer Hinter dir Watt Gegner Ich bin mal Drei Meter weggeöpft 30 Meter Hehehe Ey das macht doch den Spaß so Junge Prinzessin Ist doch ne schön Prinzessin Auf jeden Fall ne hübsche Prinzessin Die wir da befinden müssen Ja das stimmt Ja der wird doch jetzt hier gleich schon wieder um ne Ecke kommen Wahrscheinlich Prinzessin Mononoke Ja der wird ja jetzt bestimmt wieder kommen Watt Wie Watt 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 Ne das ist noch weiter weg Watt 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 Wie Und Es ist dann Watt Watt Man Watt 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 Ja toll, ich hab jetzt hier noch im Loch versteckt Das ist aber schön Weil der oben hat aber mich rumgeschehen Hey und der hat mich hier Hundis, viele Hundis Ich höre ihn aber ich seh ihn nicht Ja So jetzt hier zwei wieder kurzzeitig Da sind noch ein Haufen Irgendwann die mach ich erstmal kaputt Von hinten hier Da kommen noch Hunde Ja die hunden hier noch hier Mods und sowas Jawohl, hab ich gemerkt Oh und schon geht's wieder los Das ist auch nicht schön Das ist das schöne ist Aber ich glaube auf dem Video sieht man das nicht so krass Glaubst du? Naja, vielleicht hat er doch schon mal einmal Da die sind eh eine Video Hat da hinten ist noch so ein Fliegelding Oh nein, nicht schon wieder so Oh, das hasse ich Warte Wenn ich ein Geschütz einsteige Manchmal kann ich es da nicht benutzen Und da kann ich da Angst mehr machen Muss ich erst ins Menü Na, warum gehst du denn an zu Schütz? Ach, da oben ist er doch Ja deswegen Ich wollte ihn ja mit dem Geschütz ein bisschen ärgern Wenn er rauskommt So ist wieder Null Der hängt da am Baum fest oder so Jajaja Ach, oben am Kopf kann ich Ja, aber Da kam dann auch bei mir Null wieder Ja, ich weiss nicht wann Da vorne auf der Tote muss man glaube Da ist nicht rot Jetzt kann ich wieder Jetzt Ah, doch Tüttel ist er wieder weg Verdammt Der zaut da wieder ab Seist du? Seist du? Aber spielt sie auf jeden Fall schon mal besser als das vorher Also Ein bisschen Dann steigert sich's ja Habe ich gar nicht bei der Verteidigung darauf geachtet ob ich mehr gekillt habe als du? Doch haste Ich glaube 70 Stück oder so Yeah Jetzt bin ich dein Meister Hm Du bist meine Prinzessin? Oh Gott What oh Gott Na du nicht Ich bin dein Gott? Nein Das wär geil Das wär geil Nein Watt was hin Und was hat da vollständige Kontrolle aber Das hast du jetzt erst bekommen Ne das zweite Mal kam das Video Ja ja das hab ich Aber schon ein paar Sekunden vor dir jetzt erst Ja 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 Na v Slachten Schlachten Lalalalala Eigentlich könnte ich ja dann meinen Warframe wieder an Forma reinkloppen Ich will auch Forma Was macht Boom? Ey Oh, das hat Boom gemacht Wieso, was willst du denn mit Forma? Na, die eine Wache braucht Forma Ich musste dir auch mal Forma kaufen, wa? Ey, du schießt mit Pressers gleichzeitig Naja, ich bin Pro, Alter Aber meiner schießt auch, obwohl ich nichts sehe So, jetzt schnell hin Jetzt läuft praktisch, da hinten ist er doch Ey, wo ist er da? Ich glaube, der hat einen neuen Angriff jetzt drauf Ja, der wird, glaube ich, immer stark an Ja, jetzt schießt er doch so mit so einem Pistolen Und wer hat der? Ach nee, das ist er selber Oh, da hat er gerade schön Kritik So, jetzt kann er wieder wegfliegen Du denkst nicht, dass wir hier fertig sind, Tenno Ja, Prinzessor Da hinten müssen wir jetzt lang genauen Du darfst da langen Oh, leider Aber unfassend specialmäßig, es kommt bestimmt noch Ja, er sammelt ja auch gerade Bist du schon bei ihm, oder wird? Nee Er wird er laufen Ein bisschen, ja Ey, was ist denn das hier für ein Fluss? Den kenne ich aber noch nicht, glaube Und der truppelt wieder Yeah, baby Yeah Was passiert jetzt, wenn man in den Fluss zählt? Nicht Bist du sicher? Ja Was soll da passieren? Das hätte ja sein können, dass er mit der Strömung hier Ja, habe ich auch mal getestet Und wie So eine kleine Kante hochhüpfen, wenn das so ruckelt, ist ja nicht so einfach Das sieht mir sehr nach einer Falle aus Ja Oh, jetzt ist Strömung Sehr lustig Oh, oh Was heißt, oh, oh Verstecken wir erst mal gleich Was ist denn, oh, oh, oh Oh, hier sind ja schon viele Gegner, oh Deswegen, oh, oh Der kommt, macht doch gleich noch irgendwelche Raketen oder so Jetzt leuchtet er wieder Oh, ich komme nicht drauf Oh, nervt mich die nicht Ich glaube, das ist ja über mir, toll Hey, wo ist der denn? Ah, da Nein, wo bin ich denn? Ja, Damage, Damage, Damage Wo denn? Ich sehe nichts Das Ü auf der Plattform rüber Alter, ich komme mal jetzt weiter zu dir Ist hier ein Loch? Oh, oh Und was ist hier mit keiner Energie oder sowas? Hä? Ich sehe nichts Ich weiß nicht, was mich getroffen hat Wo bist du denn? Ja, ich bin neben dir Du läufst jetzt von mir weg Hinter dir Schieß doch mal hier erst mal die scheiß Kaniere Oh, cool Die kommen doch eh mal wieder Ne Wo ist er denn da hin? Oh, was zeigt er da oben fest? Oh, was zeigt er da oben fest? Jetzt ist er fast tot Ja, immer wenn er Alarm macht, kannst du ihn anballern Dann doppelt er Oh Baut er jetzt nochmal ab? Nö Oh, Gott Was ist denn das? Warte Nein Nein Ach du Scheiße Video Oh, oh Stimmt Oh, jetzt geht er noch in so'n größeren Oh Guck dir das an Oh, was ist denn da oben fest? Oh, was ist denn da oben fest? Der macht richtig Damage Aber das Ding geht schneller kaputt Das hat keine Rüstung So, komm Ja, ist fast down Ist down, oder? Nee, noch nicht Nee, ich meine, dass die Reden ist down Ah, er haut wieder ab Hey, was sind das für Fliegerdinger hier? Was, wo? Na, hinter dir waren eben die ganze Zeit so'ne Fliegerdinger Wir liegen gehabt hier Alter Wo bist du denn? Ach, der ist tot jetzt, oder was? Ja, ja, das hat der tot Keine Ahnung Lol Hier waren noch zwei so'ne komischen Fliegerdinger Ich weiß nicht mehr, ob irgendeine Laubhose oder sowas da rumlar Nee, die kriegst du doch erst zum Schluss dann Ach so, aber früher war das ja so Ja, früher hast du die eine sammelt, ja, das machst du ja jetzt nicht mehr Na, du kriegst jetzt im Prinzip mehr Für einen Endgegner Weil du kriegst ja hier Mods oder Rohstoffe Plus die Blaupause, die kriegst du auf jeden Fall Früher war es ja so, da hast du entweder Rohstoffe gekriegt Diese seltenen Oder halt die Blaupause Aber nicht beides zusammen Das, äh, na gut Wir müssen unten lang, ja Seltene Rohstoffe Hätte ich aber auch gerne So, hier ganz unten lang? Nee, das war Out of Map Wo bist du? Äh, ey Ich bin jetzt beim Rohr, da zeigt er mir aber nach oben Aber ich geh jetzt mir das Rohr lang Oh, das ist richtig Oh, das ist richtig Oh, das ist richtig Ah, dann haben wir da jetzt das Wasser abgestellt, oder was? Okay, ne Blaupause Also man hätte nicht abhauen können Im Fight Durch diesen Wasserfall da Oder was das? Oh, hier, das Fliegeding Ich seh ihn nicht Wo ist er denn? Der Jetpack-Typ, oder was? Ja Ja Das bleibt nicht Fliegeding Fliegeding Mach mal das Fliegeding da Dings da mal, flieg Nein Ich? Und wo häng ich hier am Stein? Da musst du wieder rumskreppen Willst du ein Spielerchen machen? Haha Aber zwischendurch geht's dann immer wieder besser Spitze! Bedanke mich! Jo, Spitze! Bedanke mich! Aha Tschüss!